Ein neuer Reno Scenic ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen orangenen farbenen fünftürigen Windplatz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Panoramadach, Dachrailing, Navigationssystem und noch vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 132 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 6,1 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.